hallo jetzt kommt zu COD Mobile alles klar war richtig viel Schwitzer im Team wir spielen jetzt mal PDW oder alles klar ich bin schrattet es ist zu nah, wir kämpfen hey wir haben eine Bedeutung 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 Ich will nicht die Ausrüstung ändern. Ich will nicht die Ausrüstung ändern, aber ich will nicht die Ausrüstung ändern. Ich will nicht die Ausrüstung ändern, aber ich will nicht die Ausrüstung ändern. Ich will nicht die Ausrüstung ändern, aber ich will nicht die Ausrüstung ändern. Ich will nicht die Ausrüstung ändern, aber ich will nicht die Ausrüstung ändern. 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 Oh Gott. Stimmt auch noch nicht, ne? Granate Stimmt auch nicht, ne? Die haben wir schon gesehen, oder? Alles klar, Alter. Du kannst ja gar nicht kontrollieren, die MSMC, Alter, hat die einen Rückstoß. Ey, drück... Ich kann ja MSMC so einen krassen Rückstoß haben, Alter. Jo, PC, entspann dich wieder. Nice. So, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.